Hallo und herzlich willkommen bei 10x Trading. Im heutigen Video sprechen wir über wichtige Makrodaten, wir analysieren die Märkte und es gibt ein Update zu NIO, PayPal und Palantir. Wir beginnen das heutige Video mit einigen Grafiken und Makrodaten, blicken zuerst auf Smart Money vs. Dumb Money und hier sind wir relativ unverändert, wir haben nach wie vor eine der größten Lücken in diesem Indikator seit einigen Jahren, um genau zu sein seit 2020, 2021, deswegen schauen wir hier auf den Drei-Jahres-Verlauf. Ich muss aber ganz klar dazu sagen, damals eben in diesem konstanten Aufwärtstrend, in diesem Bullenmarkt, haben wir das über einige Monate gesehen, dass die institutionellen Anleger im depressiven Bereich unterwegs waren. Erst Mitte 2021 haben sie sich sozusagen ein Herz gefasst und sich dann aggressiv in den Markt entsprechend eingekauft. Das ist also ganz klar auf dem Zettel, das Sentiment ist maximal angespannt, aber das haben wir auch eben in der Vergangenheit gesehen in aktiven Bärenmärkten, das muss also kein sofortiges Verkaufssignal sein. Insbesondere, weil die Datenlage aktuell den Markt durchaus unterstützt, wir bekommen sehr robuste Wirtschaftsdaten, wir bekommen jetzt auch Inflationsdaten, die sich abkühlen. Die große Frage ist eben, ist das nachhaltig oder jetzt gerade für den Moment eine Eintagsfliege und natürlich, wie wird am Ende dann auch die Fett drauf reagieren? Was wir sehen ist das mittelfristige Risikolevel beim S&P 500 und da sind wir jetzt wieder bei einer 8 angekommen, gehen hier seitwärts zwischen einer 9 und einer 7, also im stark überhitzten Bereich könnte man sagen, wir schauen auch hier mal auf die linke Seite und schauen, wie sich das Verhalten hat im Bullenmarkt 2020, 2021 und da muss man sagen, das ist ein typisches Verhalten, das wir uns dann eben über Wochen, gar Monate eher im oberen Bereich aufhalten. Allerdings muss man auch sagen, so eine Abkühlung auf eine 5 im mittelfristigen Risikolevel, die kann natürlich jederzeit eintreten und darüber sprechen wir heute auch bei den Indizes, wenn wir mal das Thema Mean Reversion angehen, also potenzielle Rückkehr zur 20-Wochen-Linie. Bis dahin muss man allerdings sagen, handeln wir weiterhin natürlich den Markt, den wir sehen und das sind in erster Linie intakte Aufwärtstrends, besonders Apple tut sich daher vor. Heute als erste Aktie aller Zeiten, die über 3 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung gestiegen ist, wirklich ein absolut beeindruckender Meilenstein, schauen wir uns später auch bei den Live-Chats an. Was wir uns hier anschauen ist, wer hätte es gedacht, Aktien reagieren positiv auf fallende Inflation. Du siehst unten, wie hoch die Inflation im entsprechenden Beispiel ist, also 2-4, 4-6, 6-8 und über 8% und oben an den Balken siehst du, wie der Markt entsprechend reagiert im Jahr darauf, wenn die Inflation im Jahresvergleich steigt oder fällt und gerade wenn wir ein Inflationsumfeld haben von über 4% reagieren die Aktien natürlich sehr empfindlich auf weiter steigende Inflation. Wohingegen sie bei fallender Inflation, gerade wenn die Inflation im Bereich von 6-8% Beispiel hier fällt, drastisch positiv reagieren. Was interessant ist, sobald wir uns im normalen Inflationsumfeld befinden zwischen 2 und 4% ist es dem Markt eher, egal ob die Inflation gerade kurzfristig steigt oder fällt erst ab. Über 4% reagiert der Markt empfindlich drauf. Und eine weitere Breaking News möchte ich mit euch teilen. Wer hätte es gedacht, die Aktienmärkte mögen steigende Geldmenge M2, aber was ich interessant finde, ist das Ausmaß, in dem sich das positiv auswirkt auf den Aktienmarkt. Nämlich mit Faktor 6 steigen die Aktienmärkte besser im Vergleich, wenn gleichzeitig die Geldmenge M2 sich ausdehnt. Und zwar geht es hier nicht um die absolute Summe, sondern um den entsprechenden Trend. Auf der rechten Seite siehst du, dass historisch gesehen der Aktienmarkt nur um 2,7% wachsen konnte per anno, wenn das in einem Umfeld war von stagnierender oder fallender Geldmengenausdehnung. Und auf der rechten Seite siehst du die Rendite. 14,1% im Schnitt der S&P 500 zurück bis 1960, wenn wir ein Umfeld sehen von expandierender Geldmenge M2. Und der Marketeer schreibt hier, wichtig dazu zu sagen ist, dass wir sehen, dass ab Mai 2023 wir jetzt eher wieder einen Aufwärtstrend feststellen können bei der Geldmenge. Und deswegen ist meines Erachtens der Knackpunkt in den kommenden Monaten, dass wir ganz klar auf die Entwicklung der Inflation achten und natürlich auch, wie die Notenbanken sich entsprechend weiterverhalten werden. Wir haben jetzt sehr hawkische Töne gehört von der Notenbank-Sitzung in Sintra. Das ist wie so ein kleines Jackson Hole und teilweise hat man sich hier geäußert, dass man mehrere Jahre die Zinsen auf dem hohen Niveau halten wird. Und das wird dann durchaus spannend. Aktuell muss man ganz klar sagen, und das hat Mike Wilson letztens ja auch anerkannt, der Kernbär, möchte ich mal sagen, von Morgan Stanley, der hier ganz klar anerkannt hat, dass einige Investoren, damit hat er sich vermutlich auch selbst gemeint, hier die Wirtschaft völlig unterschätzt haben, die Wirtschaft deutlich schwächer eingeschätzt haben, als sie ist. Und wir sehen das hier auch in dieser Grafik. Wir haben den US Economic Surprise Index, der aktuell wieder stark ansteigt. Wir sehen ihn hier in Korrelation in Weiß zum S&P 500. Und man kann ganz klar sagen, historisch und übergeordnet, die Märkte mögen eine starke Wirtschaft. Ist ja klar, Wachstum. Aktuell haben wir nur so ein bisschen Angst vor der starken Wirtschaft, weil uns das natürlich das Inflationsgespenst wieder ins Haus treibt. Und da müssen wir eben jetzt ganz genau darauf achten, gibt es am Ende des Tages dann möglicherweise wirklich ein Softlanding oder, und das ist natürlich der wichtige Punkt, aber das ist ein Thema für die kommenden Monate, möglicherweise Jahre, wird im Rahmen von einer Zinspause von Zinsen auf hohem Niveau mittelfristig dann doch noch ein Totalschaden entstehen. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass sehr gerne deinen Like da, dass es der YouTube-Algorithmus möglichst vielen Leuten empfiehlt. Und abonniere auch den Kanal, dass du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Wir schauen uns eine weitere interessante Grafik an, die sich mit der Prognose beschäftigt. Wie wird denn der S&P 500 wohl im zweiten Halbjahr 2023 weiterlaufen? Und das ist durchaus interessant, wenn das Vorjahr negativ war, was wir natürlich gesehen haben, und wir im Folgejahr bis zum 30.06. eine Year-to-Day-Performance haben von mehr als 10 Prozent im S&P 500. Haben wir auch, wir haben hier laut der Grafik 12,7 Prozent. Können uns ja später bei den Live-Chats nochmal ganz genau anschauen, wie viel es aktuell wirklich ist. Dann haben wir eine Quote von 88,9 Prozent, das auch das zweite Halbjahr durchaus positiv ausfällt. Teilweise sogar mit sehr interessanten Renditen in der Vergangenheit. Und wenn du ein bisschen was über Statistik weißt am Markt, dann weißt du, dass im Schnitt die Märkte rund 60 bis 70 Prozent positiv laufen. Also eine deutliche Überrendite zu erwarten, zumindest wenn man die Historie bemüht. Also man muss ganz klar sagen, historisch gesehen, der S&P 500 spielt aktuell fürs zweite Halbjahr eher den Bullen in die Karten. Wir kommen zum Wirtschaftskalender und schauen uns die heutigen Ergebnisse an. Ein Einkaufsmanagerindex aus China, 49 wurden gemeldet im Rahmen der Prognose. Leicht im schrumpfenden Bereich unter 50, da müssen wir im Hinterkopf behalten, potenzielles Stimuluspaket in China. Das wäre natürlich ein sehr, sehr spannendes Thema. Um 8 Uhr gab es dann die Einzelhandelsumsätze aus Deutschland. Gemeldet wurden 0,4 Prozent und damit deutlich über der Prognose. Denn es wurde Stagnation prognostiziert, aber Schrumpfung zum Vormonat. Da waren es nämlich 0,7 Prozent Wachstum, Veränderung der Arbeitslosigkeit deutlich höher reingekommen. Und auch die Arbeitslosenquote in Deutschland liegt jetzt bei 5,7 Prozent. Waren wir bei der letzten Meldung bei 5,6 Prozent. Inflation gab es heute aus dem Euroraum, die ist zurückgegangen auf 5,5 Prozent. Prognostiziert wurden 5,6 Prozent. Im Vormonat waren es gar noch 6,1 Prozent. Also durchaus auch deflationäre Tendenzen im Euroraum. Und dann natürlich die PCE-Daten aus den Vereinigten Staaten. Ihr wisst, das ist ein Inflationsindikator, der eher ans Konsumverhalten der Bürger angepasst ist. Deswegen auch sehr, sehr interessant. Kernrate ist im Endeffekt im Rahmen der Erwartung reingekommen. 4,6 Prozent im Jahresvergleich. Da wurde übrigens auch in Sintra angekündigt, dass sich die Notenbanken eben speziell auf die Kernrate auch weiter fokussieren werden. Also 4,6 Prozent leicht unterm Vormonat. Aber in der Breite gab es drastische Deflation. Wir haben nur noch 0,1 Prozent im Monatsvergleich gemeldet bekommen. Und anstelle von 4,6 Prozent bei der Breite im Jahresvergleich stehen wir da aktuell nur noch bei 3,8 Prozent. Also hier durchaus starker Rücklauf, was dann von den Märkten auch sehr positiv aufgenommen wurde. Schauen wir uns gleich an. Und auch sehr, sehr spannend. Jerome Powell hatte sich gestern bei der Pressekonferenz ja bereits dazu geäußert, dass seiner Meinung nach die Inflation deutlich zurückkommen sollte. Hat also diese positive Überraschung heute gestern schon etwas geleakt. Und auch beim Sentiment herrscht durchaus Einigkeit. Wir haben den vielen Greet-Index weiterhin im Bereich der extremen Gier aktuell bei 80. Wir haben jetzt die vierte AAII-Sentiments-Befragung in Folge mit mehr als 40 Prozent bullischer Marktteilnehmer und unter 30 Prozent bärischer Marktteilnehmer. Damit sind wir sogar im historischen Vergleich aktuell überdurchschnittlich bullisch unterwegs. Was das Sentiment angeht, habt ihr es ganz klar im Hinterkopf. Wir schauen uns gleich das Thema Mean Reversion an Rückkehr zur 20-Wochen-Linie. Mit einer gewissen Abkühlung, mit Gewinnmitnahmen muss man definitiv im aktuellen Umfeld jederzeit rechnen. Und die YouTube-Umfrage reiht sich ein in die bullischen Ergebnisse. Deutlich weniger neutrale Marktteilnehmer. Ihr seid euch wesentlich sicherer, was ihr wollt. 44 Prozent von euch sind aktuell bullisch. 23 Prozent nur neutral. Und immerhin 33 Prozent noch in der Bärenhülle. Und damit kommen wir zur Chart-Analyse, die wir beginnen mit den Rohstoffen und mit den Natural Gas Futures. Und das ist sehr, sehr interessant. Wir haben hier heute einen Short-Squeeze gesehen. Der Aufwärtstrend wurde kurzfristig gebrochen und zwar mit der 4-Stunden-Kerze um 12 Uhr. Aber schaut euch diesen Dip-Kauf an. Ich hatte heute auch im Discord eine Analyse gepostet, dass Kurse unter 2,64 sehr, sehr kritisch sind. Haben wir auch in den vergangenen Tagen immer wieder darüber gesprochen. Aber man muss ganz klar die Preis-Action respektieren. Und vor allen Dingen neue Preis-Action dann ganz klar auch umsetzen. Und Kurse über 2,68 und vor allen Dingen wieder in unserem Trend-Kanal, der hervorragend respektiert ist, sind einfach sehr, sehr bullisch. Wir haben dann auch Höchstkurse gesehen im Bereich von 2,80 Dollar. Das ist mal so ein bisschen auf dem Schirm, dass der Gaspreis jetzt hier für den Moment an der Herzlinie Widerstand gefunden hat. Dass wir es jetzt eben hier nicht geschafft haben, voll durchzuziehen für den Moment. Ich muss mal ganz klar sagen, was wir nicht mehr sehen wollen aus diesem Impuls heraus. Kurse jetzt unter 2,68 und was weiterhin ein absolut kritischer Punkt bleibt, wo wir die Gaspreise definitiv nicht drunter sehen wollen. Insbesondere nach diesem aggressiven Dip-Kauf, den wir heute gesehen haben. Keine Kurse unter 2,64, denn wir haben hier tief immer noch einen Aufwärtstrend, der jetzt aktuell so bei circa 2,30 läuft. Und wir wissen, wie volatil dieser Markt sein kann. Aktuell, the trend is your friend, mehr denn je. Und wir sehen hier auch aktuell möglicherweise den Beginn von einem größeren Short-Squeeze-Target. Wichtiges Target, wenn dieser Markt durchzieht, habt ihr das ganz klar auf dem Zettel. Einmal natürlich hier vier Stunden WIC und vor allen Dingen auch vier Stunden Schlusskurs im Bereich 2,83 bis 2,87. Und dann der große, wichtige Kernwiderstand, wo es dann durchaus auch mal eine schärfere Korrektur geben kann. Das ist dann der Bereich von 3 US-Dollar. Wir kommen zum Ölpreis WTI Crude Oil. Und hier sehen wir auch durchaus eine positive Entwicklung. Vor allen Dingen im Rahmen der letzten drei Handelstage. Wir finden Support bei den 67,30 Dollar. Möchte aber ganz klar dazu sagen, dass ich hier absolut nicht ausschließe, dass wir nochmal einen letzten Washout bekommen beim Ölpreis. Hier nochmal Kurse sehen um 65 bis 62 US-Dollar. Aber es ist auch wichtig, dass wir diesen Support hier respektieren im Bereich der 70 Dollar und 50 Cent. Und da sind wir jetzt aktuell ganz genau dran. Das war hier ein wichtiger Support. Und wenn es hier zu einem weiteren Impuls kommen sollte von diesem Level, wie wir ihn hier zuletzt auch durchaus gesehen haben, dann würde dieser Impuls dafür sorgen, dass der Ölpreis aus dem großen und sehr dominanten Abwärtstrend hier ausbrechen würde. Habt ihr es ganz klar auf dem Schirm? Weiterhin gilt, die Ölpreise sind hier lokal nicht bullisch. Keine Frage, allerdings vielversprechend über 70 Dollar und 40 Cent sind wir jetzt aktuell drüber. Und wenn es hier dazu kommt, dass wir jetzt möglicherweise seitwärts gehen oder einen kleinen Impuls bekommen, danach Backtest als Support, dann kann das hier durchaus eine schöne Rallye geben für den Ölpreis in dem Bereich der 200-Tage-Linie. Die müssen wir respektieren, die war zuletzt Widerstand. Und wenn wir den Ölpreis über der 200-Tage-Linie sehen, wichtiger Widerstand, 85 US-Dollar, über 85 US-Dollar, potenziell dreistellige Ölpreise. Habt ihr es mal ganz klar auf dem Schirm? Aktuell noch nicht bullisch, möchte ich ganz klar dazu sagen. Wir sind hier noch im Abwärtstrend gefallen, aber gefangen. Aber hier konsolidiert es jetzt seit einigen Wochen. Ein Breakout kann dann durchaus impulsiv sein. Genauso wichtig bleibt aber ein Dip in den Bereich 65 bis 62 wäre kein Problem. Kurse unter 62 wären für den Ölpreis eine Katastrophe. Und auch beim Goldpreis tut sich langsam was. Wir sehen nämlich heute den Breakout aus dem Abwärtstrend, über den wir in den letzten Tagen immer wieder gesprochen haben. Insbesondere gestern haben wir nochmal darauf hingewiesen, es gab diesen Dip aufs 38er. Fibonacci und Kurse über 1911 US-Dollar hatte ich auch gestern als bullish bezeichnet, weil das eben bedeuten würde, dass wir nicht nur aus dieser Supportzone, die zum Widerstand werden könnte, aber für den Moment eben hier ausbrechen, sondern jetzt eben auch den Breakout aus diesem lokalen Abwärtstrend. Abwärtstrend. Nächste Levels, auf die wir achten, sind bitte hier im Bereich der 1926 bis 1932. Das sind ja alles lokale Supports, die zum Widerstand werden können. Keine Frage, echter Kernwiderstand für den Goldpreis. Der wartet auf uns im Bereich von 1960. Wir haben es uns gestern angeschaut. Stop unter dem Tief. Take Profit im Bereich der 1960. Da hatten wir durchaus auch ein 3 zu 1 Chance-Risiko-Verhältnis. Also durchaus hier auch ein Long Trade beim Goldpreis, der Sinn macht. Und wir sehen, der Markt springt jetzt darauf an. Große Frage ist, kann er aus diesem Widerstand hier ausbrechen? Dann durchaus Target 1960. Ganz klar, Kurse über 1960. Bullish in Richtung 2020 bis möglicherweise an die Tops. Und auch der Silberpreis holt sich einen weiteren Tag Support an der 200-Tage-Linie. Und so langsam, aber sicher beginne ich hier, dieses Pattern durchaus zu mögen. Man muss aber sagen, wir sind hier nach wie vor in einem lokalen Abwärtstrend gefangen und überhaupt auch in einem großen Abwärtstrend. Und selbst wenn der Silberpreis möglicherweise hier an so einem kleinen Dragon-Pattern arbeitet, potenzieller kleiner Doppelboden und hier ausbricht, dann ist das Ziel für so einen Dragon-Pattern zu suchen im Bereich vom 61er Fibonacci. Und das wären hier eben Kurse von 23 Dollar und 63 Cent und damit ganz genau am großen Abwärtstrend. Und dann kann es hier jederzeit auch nochmal zu einem Dip kommen auf den übergeordneten Aufwärtstrend. Habt das mal auf dem Zettel, wer sich für Silber begeistert und interessiert. Du bist jetzt hier direkt an dem flachen Abwärtstrend. Kurse über 22 Dollar und 67 Cent sind interessant, klar auch über der 200-Tage-Linie. Das ist nämlich hier von diesem kleinen Abverkauf des 23er Fibonacci. Und wenn du das hier hältst, Rally, durchaus denkbar in dem Bereich vom 50er bis zum 61er Fibo. Wir kommen zum Bitcoin, den schauen wir uns im Tagesschart. Und der Bitcoin, man könnte sagen, macht heute Bitcoin-Sachen. Wir sehen eine massive Volatilität in der heutigen Tageskerze, die sich jetzt auspendelt in einer sehr beeindruckenden und vor allen Dingen für die kommenden Handelstagen sehr vielsagenden Doji-Kerze. Wir haben jetzt hier eine wunderbare Range, wo der Bitcoin sich entscheiden kann. Kommt es zum großen Breakout oder kommt es zum Breakdown und dann mit eben zu einem Backtest dieser Zone nochmal im Bereich um 28.000 bis 25.800. Was war der Grund für die heutige große Volatilität? Natürlich zum einen auch das allgemeine Marktgeschehen, aber eine Meldung der SEC, dass man jetzt mal den ersten Antrag von BlackRock auf den Spot ETF zurückweist. Das war zuletzt hier Grund für Euphorie. Jetzt nimmt man hier wieder ein bisschen Luft raus aus der Bubble. Ich muss ganz klar sagen, das sind für mich Meldungen, die nehme ich zwar wahr, ich konzentriere mich aber gerade beim Bitcoin sehr, sehr stark nur auf die Preis-Action. Das zeigt mir hier ganz klar, wenn es hier noch mehr Unsicherheit gibt, wenn es hier mehr Volatilität gibt, ein Breakout in diesem Bereich, Breakdown-Verzeihung halte ich nach wie vor für eine hervorragende Kaufgelegenheit, insbesondere dann auch bei Ethereum. Schauen wir uns gleich an, im Bereich der 200-Tage-Linie. Weiterhin gilt, kein Trendbruch, das wäre kritisch. Dann würden wir den Bitcoin mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch nochmal sehen, im Bereich der 20.000 US-Dollar. Schauen wir uns gleich bei Ethereum auch an, wie da das Szenario ausschauen würde. Und weiterhin gilt, Breakout insbesondere, und das ist das Kritische, haben wir die ganze Zeit noch nicht gesehen. Tagesschlusskurse über 30.000 US-Dollar beim Bitcoin-Breakout in die Richtung 36.000. Erstes Ziel mittelfristig, aber ein Rücksetzer, beziehungsweise eben einfach nur eine Korrektur vom Top runter, bis aufs 50er, 61er Fibonacci denkbar, im Bereich 42.000 bis 50.000 US-Dollar. Allerdings Zukunftsmusik. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf das lokale Bild. Und das sagt uns ganz klar, Doji-Kerze und eine klare Range über 31.300, insbesondere mit Tagesschlusskursen, sehr, sehr bullisch unter dem Tief der heutigen Tageskerze, also unter 29.500, gefährdet für eine Korrektur. Und das wären dann von diesem Zeitpunkt durchaus nochmal bis zu 13%. Damit kommen wir zu Ethereum. Und hier sind wir jetzt genau angekommen an diesen lokalen Tops. Und wir legen uns hier mal den horizontalen Widerstand drauf. Das sind so in etwa 1930 bis 1935 US-Dollar. Wir haben heute auch einen Dip gesehen bei Ethereum. Allerdings eine andere Preis-Action. Ethereum ist aktuell an den Tageshochstrand, ist aber übergeordnet. Anders wie der Bitcoin, schwächer unterwegs. Und das wird hier sehr, sehr spannend. Bin hier long investiert, würde sehr gerne nochmal diesen Dip sehen in den Bereich der 200-Tage-Linie. Aber auch hier gilt natürlich keine Brüche unter die 200-Tage-Linie. Ansonsten 1420 US-Dollar. Das ist hier das 2017er Zyklus-Top. Ähnlich wie die 20.000 beim Bitcoin. Das wäre hier dann dieser herrliche übergeordnete Aufwärtstrend. Das würde durchaus schon Sinn machen. Hier nochmal eine Korrektur, zumindest mal in diesem Bereich um die 1720. Das wäre hier der Dip beim Bitcoin runter auf die 200-Tage-Linie. Das wäre hier nochmal ein herrlicher Nachkauf-Zeitpunkt. Ich muss aber sagen, ich würde hier möglicherweise sogar einen Breakout kurzfristig wenigstens traden. Wir haben hier sehr wenige Widerstände auf der linken Seite bis in den Bereich 2137 US-Dollar. Übergeordnetes Kursziel ist das Top des Trendkanals. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass wir das ausspielen, wenn hier richtig Musik reinkommt, wenn Ethereum aus diesem Doppeltop hier ausbrechen kann bei den 1920, wo wir uns hier diese horizontale Linie drüber gelegt haben. Aktuell am Widerstand. Ich wäre hier mit frischen Long-Positionen gerade vorsichtig, denn der Rücksetzer nur auf die 200-Tage-Linie wären hier 11%. Allerdings über den 1940 bis 1950 US-Dollar hat Ethereum ans Top von diesem Trendkanal circa 26% Aufwärtspotenzial an dieses lokale Top vom April auch noch immerhin 10%. Wir kommen zum US-Dollar-Index und da schauen wir direkt ins aktuelle Bild. Wir haben hier diese zwei Abwärtstrends. Der eine kommt von den 52 Wochenhochs, der andere ist hier dieser lokale Abwärtstrend seit dem Top Ende Mai. Heute sehen wir minus 0,5% beim Dixie. Allerdings ist hier so ein kleiner Aufwärtstrend intakt, den wir definitiv jetzt mal im Chart lassen. Das muss jetzt der Markt entscheiden, ob wir hier nach der starken Seite zur Downside gerade eine Bärenfahne sehen, die sich dann nach unten auflöst. Erster Impuls setzt sich dann am Top der Konsolidierung an. Das wäre hier nochmal der Dixie am Support und da muss sich dann entscheiden, ob wir möglicherweise wirklich mal neue Tiefs sehen beim US-Dollar-Index. Denn im großen Bild sind das hier lauter fallende Hochs beim Dixie. Allerdings möchte ich jetzt hier auch absolut nicht ausschließen. Wir hatten hier einen kleinen Doppelboden, dass der US-Dollar hier wenigstens noch durchzieht bis in den Bereich der 200-Tage-Linie. Und das sehen wir hier einfach ganz klar auch hier. The Trend is your friend. Heute dritter Berührungspunkt zusammen mit der 50-Tage-Linie. Preissalarme kannst du dir setzen beim Dixie in einem Bereich von unter 102,5. Das würde nämlich hier den Trendbruch bedeuten. Und damit kommen wir zu den Indizes und die beginnen wir mit dem S&P 500 im 4-Stunden-Chart. Und wir gehen das heute auch nur ganz knapp im 4-Stunden-Chart durch. Am Sonntag gibt es ein ausführliches Marktbriefing über das erste Halbjahr, über die Chart-Situation und wie es im zweiten Halbjahr entsprechend weitergehen kann. Erinnere dich mal ans gestrige Video, wir haben darüber gesprochen, Breakout aus dem Abwärtstrend. Am Dienstag ist es passiert und seitdem hat sich hier ein wunderschöner Aufwärtstrend etabliert im S&P 500, der auch gehalten wurde. Wir sind aus dem 61er, 65er Fibonacci ausgebrochen. Genau die Bewegung, die wir hier im großen Bild sehen, nämlich aus dem großen 61er, 65er Fibonacci auszubrechen. Und dann beschleunigt sich entsprechend die Aufwärtsbewegung. Wir sind jetzt auch aus dem 88er Fibonacci ausgebrochen und der S&P 500 macht zum jetzigen Zeitpunkt gerade neue 52 Wochen hoch. Das hat das ganz klar auf dem Schirm. Wir zoomen hier raus und wir sehen die Kurse, die wir aktuell sehen, haben wir so in dieser Form. Zuletzt gesehen im April 2022 Kursziel für neue Hochs, müssen wir jetzt ganz genau beobachten. Es kann hier jederzeit nochmal zu einem Dip kommen an diesen Aufwärtstrend. Ganz wichtig, Trendbruch, wenn wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr leben. Ansonsten kann es hier zu einer schärferen Korrektur kommen auf den übergeordneten Aufwärtstrend in Richtung 4.300 Kursziele. Wenn das hier ein echter Breakout wird, dann haben wir die 4.480, die 4.500 Punkte, 4.479 und der goldene Schnitt aus diesem Rücksetzer wären hier 4.521. Und das ist hier dann auch in unmittelbarer Schlagdistanz zum 78er Fibonacci der gesamten Downzeit. Sprechen wir drüber am Sonntag. Jetzt schauen wir erstmal, wie die Märkte heute ins Wochenende gehen. Finde ich sehr, sehr spannend. Und das letzte Top, was wir gesehen haben, wo man vorsichtig sein müsste, wenn der S&P 500 hier wieder drunter dippt. Das ist hier im Bereich der 4.447 Punkte. Aktueller Kurs 4.450. Wenn du die Reichweite von dem Video deutlich erhöhen möchtest, lass sehr gerne deinen Like da. Abonnier auch den Kanal und schreib vor allen Dingen auch gerne einen Kommentar unter das Video. Hier kommt es vom Nasdaq 100 und der ist technisch ein bisschen anders unterwegs als der S&P 500 in erster Linie. Bei dem Punkt, dass er hier noch keine neuen Hochs erreicht, hat noch keine neuen 52 Wochenhochs beim Nasdaq. Die sehen wir bei 15.282. Das heutige Tageshoch war bei 15.215 und das war genau von diesem Rücksetzer des 88er Fibonacci. Hier haben wir Widerstand gefunden für den Moment. Er hätte jetzt hier auch gut Platz, um auf diesen übergeordneten Aufwärtstrend zu korrigieren. Er hat sich hier weit abgesetzt. Nasdaq senkrecht heute nach oben, kann hier jederzeit dippen. Kurse unter 15.030 Punkte wollen wir aus Gesichtspunkt von dieser Gegenbewegung hier jetzt eher nicht mehr sehen. Ansonsten müssen wir nochmal mit einer etwas schärferen Korrektur rechnen. Potenzieller Doppelboden oder sogar neue Tiefs. Aber hier aktuell Aufwärtstrend völlig intakt. Ziel Doppeltop wäre hier 15.282. Das Ziel von dieser inversen Schulterkopf-Schulterformation nach dem Breakout wäre hier oben zu suchen im Bereich vom Top von unserem Trendkanal. Sprechen wir am Sonntag drüber, wenn wir wissen, wie die Märkte heute ins Wochenende gehen. Und die Zielzone für neue Hochs, für echte neue Hochs, das wäre hier oben im Bereich von 15.446 bis 15.653. Habt aber bitte auf dem Schirm. Dieser Trendkanal hat hier bislang auch sehr, sehr gut funktioniert. Vor allen Dingen auch zuletzt. Da müssen wir durchaus nochmal mit Widerstand rechnen. Möglicherweise reicht es dann aber auch nur für eine Korrektur an diesen Aufwärtstrend. Das ist jetzt hier unser neuer lokaler Aufwärtstrend, solange der intakt ist in dem übergeordneten starken Aufwärtstrend. Ganz klar, der Trend is your friend. Und auch die Dax-Bullen haben sich heute ein ordentliches Herz gefasst und hier richtig durchgezogen. Wir sind jetzt auch fast angekommen am Ziel von unserem Trade-Setup. Du erinnerst dich, vor einigen Tagen haben wir darüber gesprochen beim Breakout aus diesem Abwärtstrend Long-Position eingegangen. Wir haben gestern darüber gesprochen, dass wir den Stop entsprechend hinterherziehen auf Einstand. Also aktuell hier rein im Gewinn unser Long-Trade. Wir sind jetzt auch wieder über und das ist durchaus kritisch. Mit dieser Impulskerze heute hat der Dax auch wieder diesen großen Aufwärtstrend zurückerobert. Sprechen wir auch am Sonntag drüber im Detail und welches Potenzial das jetzt hier freisetzen kann. Hab aber ganz klar die horizontale Widerstandszone bei 16.300 Punkten auf dem Schirm. Das ist das alte All-Time-High, aber auch hier gilt extrem stark. The Trend is your friend. Das kann hier vor allen Dingen, wenn sich das Bullisch ausspielen sollte, eine gewaltige Bärenfalle gewesen sein. Wichtig ist jetzt für den Dax keine Kurse mehr unter 16.080 Punkte. Wir hatten hier eine Widerstandszone, danach Support Breakdown. Jetzt sind wir wieder drüber. Das wollen wir halten und wir wollen auch nicht sehen, dass dieser Aufwärtstrend jetzt nochmal gebrochen wird. Wir kommen zum Hang Seng Index und der baut sich hier lokal Support. Wir haben hier einen Impuls gesehen vom Support bei 18.000 Punkte. Impuls, Rücksetzer und jetzt sehen wir hier Bodenbildung. Was wir noch nicht sehen, ganz klar, ist ein Breakout. Wir haben hier die 200-Tage-Linie bitte auf dem Schirm. Die ist unglaublich wichtig beim Hang Seng als Widerstand, aber auch als Support. Wichtige sind die Kurse von über 19.060. Danach die 200-Tage-Linie haben wir aktuell bei ca. 19.200. Widerstände sehen wir bei 20.250 und 20.900. Wenn wir uns das hier mal abmessen mit unserem ABCD-Tool, dann war das hier ein Rücksetzer. Wenn man ganz gnädig ist in dem Bereich des 61er bis 65er Fibonaccis, hier haben wir uns die Golden Pocket als Support abgeholt. Das kann als Ziel danach ein 161er Extension geben. Und damit hätten wir eben den Breakout nicht nur aus den 20.250, sondern auch denkbar aus den 20.900. Superspannend. Und habe auch im Hinterkopf möglicherweise eben ein Stimuluspaket in China. Aber aktuell, und das ist auch wichtig, haben wir jetzt hier noch keinen Breakout. Der Hang Seng für den Moment am Widerstand. Wir kommen zu PayPal im Tagesschat. Und das sieht durchaus nicht uninteressant aus. Möglicherweise hier der Breakout aus dieser lokalen Konsolidierung. Ich bin seit gestern, muss ich sagen, long bei PayPal. Ich habe mir hier am Support eine Position aufgebaut. Ich muss aber dazu sagen, ich habe mich noch nicht ganz entschieden, ob das ein reiner Trade oder möglicherweise ein Trade-Vestment wird. Weil ich durchaus langfristig nicht abgeneigt bin von PayPal. Was ich allerdings nicht sehen möchte. Und deswegen ist hier ganz klar jetzt erstmal der Plan eines Trade-Setups. Stopp ist für mich, falls wir hier einen Trendbruch erleben. Wobei das dann durchaus auch nur ein Dip sein könnte auf das Falling Wedge. Hier möglicherweise Support, was sehr, sehr kritisch wäre. Weiterhin wäre ein deutlicher Bruch wieder unter dieses Falling Wedge. Aber für den Moment ist das Trade-Setup so geplant, dass wir uns ausstoppen, wenn dieser Aufwärtstrend bricht. Und wenn wir Tagesschlusskurse sind unter der 20-Tage-Linie, die nach wie vor perfekt hält. Aktuell allerdings Widerstand 50-Tage-Linie. Und hier wird es extrem eng. Hier ein richtig schönes Dreieck aus 20-Tage-Linie-Support. 50-Tage-Linie-Widerstand. Ein Breakout wäre ein Impuls. 3 zu 1 Chance. Risikoverhältnis wäre bereits voll bei knapp über 69 US-Dollar. Also hier bei einem Doppeltop mit dem letzten Hoch. Ich rechne aber dann, wenn es hier zu einem Breakout kommt, durchaus mit einem stärkeren Impuls. Weil wir dann eben Kreuzwiderstand überwinden würden aus dem großen Abwärtstrend im Falling Wedge. Wir wären dann auch wieder zurück über dem All-Time-Aufwärtstrend seit dem IPO der Aktie. Und vor allen Dingen ist hier auch eine wichtige horizontale Zone bei 69 US-Dollar. Die wir aber auch sehen hier im Bereich der 66 US-Dollar. Also jetzt hier wirklich so eine kleine Make-or-Break-Situation bei PayPal übergeordnet. Gewinne mitnehmen würde ich aber im Bereich der 200-Tage-Linie. Das wäre dann hier ein 7,5 zu 1 Chance-Risikoverhältnis. Da kann man dann nochmal Gewinne mitnehmen. Möglicherweise einen Dip auf diesen Aufwärtstrend dann eben wieder kaufen. Der gefällt mir sehr, sehr gut. Dieser Aufwärtstrend. Wir begleiten PayPal hier auf dem Kanal jetzt wirklich nahezu täglich seit dem Crash im Mai. Baut sich hier sehr, sehr schön auf. Wir haben es auch wirklich herrlich gesehen. Impulsrücksetzer, Impulsrücksetzer. Was jetzt hier fehlt und wir wissen, der dritte, das kann der impulsivste sein der Impulse. Du brauchst jetzt hier einen ordentlichen Schub bei PayPal. Und was wir weiterhin nicht mehr sehen wollen, in Kursen ausgedrückt aktuell. Dort sitzt auch mein Stop-Kurse unter 65 US-Dollar. Die wollen wir nicht mehr sehen. Für mehr Aktienanalysen und Trade-Ideen kommst sehr gerne auf den Discord und werde 10x-Member. Dort kannst du dich mit über 350 Mitgliedern austauschen und profitierst ab 4,99 Euro im Monat. Von meinen täglichen Markt und Aktienanalysen. Wir kommen zu NIO und da schauen wir uns das aktuelle Bild an. Auch bei NIO sehen wir ein Falling Wedge im Chart. Allerdings hier noch in der relativ frühen Phase. Die Aktie hätte durchaus noch Platz, das hier nochmal auszufüllen. Dieses Falling Wedge ist jetzt aktuell nicht zwingend mein Primärszenario. Allerdings möchte ich dir auch ganz klar sagen, wir sind jetzt hier am Widerstand. Abwärts-Trendlinie gerade zuletzt sehr gut respektiert. Heute auch. Wir waren kurz drüber. Wurde abverkauft zum jetzigen Zeitpunkt. Auch eine kleine Kurslücke ist offen bei NIO. Ich würde jetzt hier zumindest an diesem Widerstand eher nicht frisch long gehen. Insbesondere, weil wir auch sehen, hier ist die 200-Tage-Linie und die kommt noch sehr, sehr steil zur Downside. Die habe ich gerne in einem Bereich, wo sie sich abflacht. Dann hat der Kurs einfach eine deutlich schönere Möglichkeit drüber zu springen. Habt es mal auf dem Zettel, dass NIO jetzt hier am Widerstand angekommen ist. Müssen wir jetzt ganz genau beobachten, wie es hier weitergeht. Allerdings sehen wir auch noch keine Brüche. Wir haben noch keinen Bruch unter die 20-Tage-Linie. Nur ganz frisch long gehen jetzt hier an diesem Widerstand. Nachdem NIO seit dem 1. Juni hier 43% gelaufen ist, würde ich jetzt nicht mehr. Schau dir das einfach ganz entspannt an. Wir haben hier auch horizontale Widerstände drauf. Können wir uns auch machen. Dann kann man sich immer gut behilflich sein. Triple Top im Bereich der 10 US-Dollar. Wenn du darüber ausbrichst, NIO über 10 US-Dollar über der 200-Tage-Linie. Sehr, sehr bullisch in Richtung 13 bis 14 US-Dollar. Aber durchaus hier nicht auszuschließen, dass es nochmal einen Dip gibt in den Bereich der 8,74 All-Time 88er Fibonacci. Kurse drunter, die werden nochmal kritisch möglicherweise in Richtung Support von diesem Wedge. Wir kommen zu Palantir und da kann ich dir ganz klar sagen, wo wir die Aktien nicht mehr drunter sehen wollen zum aktuellen Zeitpunkt. Weil wir sonst natürlich nach dem massiven Anstieg, Dip, jetzt versucht es der Markt nochmal einen Doppeltop hier an Ort und Stelle. Wenn sich die Bullen hier wirklich festfahren, dann muss man damit rechnen, dass es möglicherweise nochmal eine etwas schärfere Korrektur gibt. Bei Palantir zurück in den Bereich der 11,60. Möglicherweise sogar zurück in den Bereich der 10,30. Aber wir wissen, wie kritisch das Level ist von 14,40. Dazu gehen wir auch mal in die Vergangenheit zurück. Das war hier nach dem ersten Impuls ein paar Tage Support. Und danach kam der echte Moonshot bei Palantir. Und da sind wir aktuell drüber. Dieses Level war dann Widerstand im Februar, aber auch im März 2022. Ergebnis war ein Abverkauf auf die All-Time-Lows. Und da sind wir jetzt aktuell drüber, zusammen mit den 23er Fibonacci. Der gesamten Downside und dieser lokalen Rally. Diese Clusterzone ist unglaublich wichtig für Palantir. Wir wollen die Aktie, wenn du hier investiert bist und aktuell long bei Palantir, möchtest du sie nicht mehr sehen. Meines Erachtens unter 14,40. Die Ziele für einen Dip zur Downside. Das ist dann durchaus hier aber auch schon mal das 38er Fibonacci bei 13,40. Das haben wir nicht ganz abgeholt. Das letzte Mal, also hier das erste Mal hinschauen. 50-Tage-Linie hier beim 50er. Fibonacci aktuell 12,24. Und ansonsten horizontale Levels berücksichtigen. 11,60. Und dann die Golden Pocket zusammen mit dem großen Aufwärtstrend. Kurslücke wäre hier auch noch offen. Eine kleine, eine große hier unten, ob wir die nochmal schließen. Das muss die Zukunft zeigen. Aktuell ist allerdings wichtig, wer hier long positioniert ist, sei vorsichtig. Sobald Palantir hier unter 14,40 Dollar fällt, nach so einer massiven Rally, ein Doppeltop. Das wäre durchaus kritisch. Was aber auch gilt, wenn die Aktie hier aus den 17 Dollar ausbricht, aus den lokalen Tops. Ziel, 20 Dollar, 38er Fibonacci der gesamten Downside. Da muss man sehr, sehr vorsichtig werden. Mittelfristig das 50er Fibonacci der gesamten Downside ist hier im Bereich von 25 Dollar. Ich bedanke mich vielmals, dass du das heutige Video bis zum Schluss geschaut hast. Schau mal in die Videobeschreibung für einige Links zu interessanter Literatur rund ums Thema Trading. Auch den Link zu dem Broker findest du, den ich für mein Trading benutze. Und natürlich auch die Chartsoftware, die ich in den Videos benutze. Und natürlich auch den Link zur Mitgliedschaft bei 10x Trading. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und sage Tschau.